Wer sind die wahren Lieder unserer Zeit? Wer sorgt dafür, dass wir auch in Zukunft Taktgeber sind? Wer gestaltet heute bereits, was morgen sein wird? Die Antwort auf alle diese und noch viele weiteren Fragen sind drei Buchstaben. KMU Die Schweizer KMU sind und bleiben der Motor der Schweizer Wirtschaft. Doch damit diese auch in Zukunft erfolgreich sein können, braucht es vor allem eins, eine aktive Förderung. Und genau deswegen unterstützen wir mit einer einzigartigen Währung und der damit verbundenen Gemeinschaft die Schweizer KMU. Diese nachhaltige Förderung ist aber nur möglich, weil unsere Kunden wir zum stärksten KMU-Netzwerk der Schweiz machen. Und dafür sagen wir Danke. Seien Sie der Motor der Schweizer Wirtschaft. Seien Sie Teil dieser einmaligen Erfolgsgeschichte. Wir kennen nicht alle Antworten auf die Fragen, wie unsere Zukunft ausschauen soll. Aber unser Netzwerk tut es. Stärken wir KMU und damit die Schweizer Wirtschaft. Gemeinsam. Wir Bank. Das ist gelebte KMU-Förderung. Seit über 80 Jahren. Oder mit anderen Worten. Gemeinschaft. Mehrwert. Bank. Bank.